10 Anzeichen dafür, dass du zu viel Hauer mit your Mother schaust. Dieses Video wird legend. Wait for it. Du probierst dir bescheuertste Taktiken aus, um jemanden ins Bett zu bekommen und dir ist einzig und allein die Taktik wichtig, damit du sie in einem Buch aufschreiben kannst, das Playbook heißt. Du oft sehnsüchtig auf ein High Five wartest und wenn du sie nicht bekommst, einfach die ganze Zeit den Arm weiter oben lässt, bis du diesen High Five endlich bekommst. Wenn du glaubst, Scotch schmeckt. Wenn du findest, dass der beste Barname Puzzles ist. Wenn du dir ultralange Sandwiches kaufst, weil du glaubst, dass du damit den übelsten Trip erlebst. Dein am meisten benutztes Wort awesome ist. Du die Person, die du am meisten liebst, aber immer von ihr zurückgewiesen wirst. Trotzdem nie in Ruhe lässt, weil du genau weißt, irgendwann klappt es. Was ist das denn bitte schön für eine bescheuerte Lektion? Du hältst grundsätzlich jede Frau für die einzig wahre große Liebe. Selbst die Putzfrau im Club. Wenn du dir als Kerl rote Stiefel besorgst und dich für den größten Architekten auf der Welt hängst. Du auf den Oldie-Bott-Goldie-Song abgehst, vor allem im Auto in deinem besten Google. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more Just to be the man who walks a thousand miles to fall down at your door Dairy. Dairy. Alles Filme?